Moin und Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Hate Pokémon Mond Und wir hatten glaube ich letzte Folge gehabt So gut und dann kommen wir ihn geheilt Was wir haben Wir haben ihn jetzt Wir haben fünf Stück Sind es nicht normalerweise sieben? Sieben Prüfungen Wir haben sechs Prüfungen Nee, fünf Kann man mit Luak dahin fliegen? Vielleicht geht es hier nur Routen Du kannst auf die Routen fliegen, ja, aber Du musst den Weg selbst erwarten Genau Warte Ich bin zu bad Ich bin zu bad Ich bin zu bad Wauw, war klar? Ich hoffe, dass ich dann am heutigen Tage, wenn dann hier in dem Game endlich wieder nacht wird. Ich meine, äh, mein Dix, äh, im Wirkingsland, nein. So, schnelles Submail machen. So, schnelles Submail machen. Wow, mein Team ist geil. Danke. 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 Oh. Let's go. Nice grenade. Okay. Okay, sind deutlich overleveled. Rasierblatt. Donnerwelle. Okay, dann hätte ich rechnen müssen. Ja, also noch ein paar Bodenattacken. Steinhagel. Okay, wir sollten leicht überlegen uns zu wechseln. Okay. 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 Wie hoch ist es wahrscheinlich das ein Punkt mit zurück? schreck doch alter danke super krank ok wie es kracht war oh ja es sieht deutlich mehr ab es da brauchst du eckmut pokémon muss sagen soll ich nicht heute ja mal nutzen jetzt war ich die alola gerade durchsucht wird war knogger gesagt bleiben wir draußen aha das ding aus der 5. Generation mit Typ Boden meine ich Steinboden ein Volltreffer hofflos ok ok ich sollte jetzt mal vielleicht überlegen zu wechseln egal was kann man nicht viel anstellen lebensstelle kannst aber seid normaltyp ich bin überlegen mir doch noch mal einen Tiefschuh zu holen für Alola Reiko doch mal ein Tiefschuh mit 5 doch mal ein Tiefschuh mit 5 genauer genauer könnte ich hier rein egal das können wir uns auf unser starter wieder ein wechseln jetzt bin ich ein rasierblatt ein und danach geht es dann nämlich gegen die letzte pokémon ok es hält doch mehr aus als doch mehr ausgedacht ich glaube ich habe jetzt gar nichts aber bis zum typ gestein ist geben wir mal mit namen gegen einwurf als auf fellers was deine attacke wir haben ich kann nicht viel machen außer als gleich versuchen mit selber blick zu sprechen als ob legt mich am arsch ich hoffe das knopper an der physische z kraft ein abgarten werden super kacken das war's heute als ob eigentlich ich verstehe es irgendwie nicht ich verstehe es nicht was ich sag's netbo ist nicht schneller nein nein nicht one shot als auf wir können jetzt machen ich probiere einfach mal die poli attacke auf damit er nicht zu bringen ich werde nochmal items holen können ich will nicht gelaufen denn war ja das Na, oder doch gleich um Verbrennung da hinzuzufügen. Ah, ich glaube, das wird nicht viel machen. Ich kann ja mal kurz gucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist für Blut. Das war's. Okay. Okay. Okay, um zu den Highball. Ja, alle gerne nur noch 10 davon mit. Topschutz würde mal besuchen. Ja, super schock, zweimal. Ich würde schon hier nicht sehen, oder? Zweimal. Ja, super schock. Ja, super schock. Wieder auf die Klasse kommen. Ich hasse diese Pumpe, John. Pfanne. Ja, ich habe ein Bitsch. Eine Hände stehen dafür. Ich gebe dir, dass die Probe aus dem Bauleufart wird. eine kleine Bewegung aus dem Bauleufstil, von dem Bauleufstil den Bauleufstil. Ich gehe mal mit einer Blinklaue drauf. Ach, scheiße, das geht ja gar nicht. Fuck! Dragosso! Da gehe ich aber damit eben, dass Popelöl nochmal einsetzen für das letzte, no Quatsch. Oh, das war ein Pokéball. Jetzt werden wir es schaffen. Okay, jetzt wird Hebert Donnerwähle, war klar. Dann wollen wir die Parailer, egal. Und zwar geben wir jetzt auf. Na, jetzt werden wir zurückfängen wieder. Ne, doch nicht. Okay, ja, schon mal gut. Ja. Jetzt wird es nicht mehr. Jetzt wird es nicht mehr, das kommt man raus. sieh mal nicht ab die helft ab drei attacken durchhalten was jawohl die strategie läuft gut weil ich nämlich jetzt auf den wechsel mehrfach extra geld zu holen das kann ja klingeln machen ja immer paren halt auch klingeln das nämlich dann können wir ein mal sicher sicher doch uns ein zu wechseln das war gut weil dann können wir nämlich jetzt ein wechseln auch nur so können Thoughts? Ah, nur die Hälfte, was? Die Zertag hat auch einmal gepünkt, die es gebraucht Ja, jetzt kann ich der Super-Tank Und sollte, er war nur nice Hat trotzdem nichts gebracht, nice Ja, klar, wir haben noch einen Platz an Ich habe auch den Bedekten, fand ich nice Warte mal Ich bin 4 Jawoll Z-Kristallstyps gesteinigt, mir aber anliegst den Boden Nice Prüfung der nächsten, äh, der zweiten Insel Bestand, jetzt geht es zur nächsten Insel Okay die steuern haben wir eh nicht die steuern haben wir nicht Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, I'm in Mordicamp. I'm in Mordicamp, we are in Doppelkamp, I don't have that acro anymore. No, I see Zoe. Oh. Easy. Nice, Verteidigung senken. Ich hab so optisch schneller als mein Starter. Äh. Was? Ah, ist denn gar nicht mehr so schwach? Wie ist es gerade? Tuchenschlag brauchen wir eigentlich nicht. Ich hab kein Stacker noch. Ne, eigentlich brauchen wir Tuchenschlag nicht. Naja. Nein Freunde, das brauchen wir für diesen Ding. Tuchenschlag. Ja, Tuchenschlag war gut. Verkaufenlos. Oh. Haa, haja. So. Hm? Hm? Okay. 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 Ich bin einfach. eigentlich stimmt doch gar so lebe erregt Ich bin auf die Folge, glaube ich, wieder kaputt zu lang. Ich denke, in der zweiten Jahr, nach der Kapeltenfolge. Weil ich will mir da immer ein Ewigstein holen. Dann kann ich, nachdem ich dann später pennen war, Ding weiterentwickeln. Unser... Als ob... Was? Als ob... Die Barsche. Als ob die Attacke wieder fünfmal trifft. Als ob die Attacke wieder seit. Als ob die Attacke wieder kaputt. Als ob die Attacke wieder zu schlafen ist, ist das so schlafen. 5, 4, 9 Schaden, 14, 18, ne. Ok, da sind wir wieder auf die Schlage getan, also die Attacke nicht mehr zurück. Die Attacke hat es 15 mal getroffen, alles ob. Also, verarsche. Ich hätte eher versuchen müssen. Ja, Mann, das war das. Nein, Mann, das war das. Der könnte sogar ein Segel an kriegen. Was? Der kann das down. Dann gehe ich jetzt wieder auf unseren Starter. Der 7 Level höher ist. Der 8 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 Level höher ist.